Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial für den ZEREC Speedfire. In diesem Video demonstrieren wir den Workflow von der Herstellung bis zur finalen Fertigstellung einer ZEREC MTL Zirconia-Restauration. Wir starten in der ZEREC-Software in der letzten Phase, der Herstellungsphase. Zuvor wurde bereits ein Scan durchgeführt und die Restauration, Design sowie im Block positioniert. Des Weiteren wurden für die Fertigung verwendeten Geräte ZEREC PrimeMill und ZEREC Speedfire aus den markierten Dropdown-Menüs ausgewählt. Anhand der grün markierten Häkchen ist zu erkennen, dass zum einen der ZEREC Speedfire eingeschaltet und ausgewählt ist und zum anderen der ZEREC MTL Zirconia-Block in der ZEREC PrimeMill eingesetzt sowie der Touchier-Prozess stattgefunden hat. Dementsprechend sind beide Geräte einsatzbereit für die Herstellung der Restauration. Sobald wir auf Start tippen, erscheint am unteren linken Bildschirmrand die geschätzte verbleibende Restbearbeitungszeit. Diese variiert je nach Art und Größe der Restauration und ist zudem abhängig vom ausgewählten Fräsmodus. Es sind sowohl Schnellfräs- als auch Feinfräsmodi verfügbar. Am Ende des Fräsprozesses erhalten wir eine Mitteilung, dass diese abgeschlossen und ein zur Restauration passender Ofenauftrag erfolgreich an den ZEREC Speedfire übertragen wurde. Wir bestätigen mit OK und wechseln zum Bedienpanel des ZEREC Speedfires, auf dem der Sinterbrand in der Übersicht der eingegangenen Aufträge ganz oben angezeigt wird. Nachdem wir die gefräste Restauration aus der ZEREC Prime Mill genommen haben, entfernen wir mit einem Pinsel den Frässtaub von dieser. Bitte verarbeiten Sie ungesintertes ZEREC MTL Zirconia nur mit Handschuhen und über einer Absaugeinrichtung. Zum Abtrennen der Restauration vom Blockhalter halten wir diese mit einer Hand fest, sodass sie nicht unkontrolliert abfällt. Die Abstichstelle können Sie mit einem diamantierten Gummirad glätten. Bitte bedenken Sie bei der Bearbeitung den Schrumpfungsfaktor von ZEREC MTL Zirconia im Sinterprozess. Als nächstes starten wir das Sinterprogramm am ZEREC Speedfire. Sobald die Tür vollständig heruntergefahren ist, legen wir die Restauration ohne Brennträger direkt auf die Oklusalfläche auf die obere Türisolation und tippen auf Start. Die korrekte Positionierung wird auf dem Bedienpanel dargestellt. Die Tür fährt langsam nach oben und der Sinterprozess startet. Nach etwa 20 Minuten ist der Sinterprozess beendet und die Tür öffnet sich automatisch. Bitte beachten Sie, dass die Restauration zu diesem Zeitpunkt mehrere 100 Grad Celsius heiß ist. Nachdem die Tür vollständig heruntergefahren ist, lassen wir die Restauration noch wenige Minuten auf der Türisolation liegen, um sie danach zur beschleunigten Abkühlung mit einer Pinzette auf den Ventilator zu setzen. Zum weiteren Vorgehen stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Erstens, nächsten Schritt vorbereiten. Hier können wir im Anschluss an den Sinterprozess einen Glasurbrand durchführen. Zweitens, später fortsetzen. Hier wird der Auftragsliste auf dem Startbildschirm ein Glasurbrand für ZEREC MTL Zirconia hinzugefügt, den wir von dort aus jederzeit später starten können. Drittens, Auftrag abschließen. Hier wird der Auftrag ohne Erstellen eines Glasurbrandes beendet. In unserem Fall haben wir später fortsetzen gewählt und schauen uns nachfolgend zuerst die benötigten Utensilien für den Glasurbrand von ZEREC MTL Zirconia an. Auf dieser Abbildung sehen Sie die Brennpaste ZEREC Speed Paste, das Dentsply Sirona Spray Glaze, die Dentsply Sirona Glasurpaste und Malfarbenflüssigkeit, den Dentsply Sirona Pinsel, einen Spatel, eine Pinzette, eine Anmischplatte sowie ein geeigneter Brennpin. Falls Sie wie in unserem Beispiel nachfolgend zu sehen mit dem Spray Glaze arbeiten möchten, verwenden Sie bitte einen Mundschutz, eine Schutzbrille und ein paar Handschuhe. Bevor wir mit dem Auftragen der Glasurmasse starten, sorgen wir dafür, dass die Restauration frei von Verunreinigungen und mit ölfreier Luft vollständig getrocknet ist. Wir befüllen das Innere der Krone mit gerade so viel ZEREC Speed Paste, dass der Brennpin gestützt und das Kroneninnere nicht überfüllt wird. Als nächstes setzen wir die Krone vorsichtig auf den Brennpin. Das Dentsply Sirona Universal Spray Glaze muss vor Gebrauch mindestens 10 Sekunden geschüttelt werden. Wir benetzen die Restaurationsoberfläche rundherum in einem Abstand von 6 bis 10 cm zum Düsenauslass und achten auf eine gleichmäßige Verteilung des Sprays. Im Anschluss wählen wir auf dem Bedienpanel den Glasurbrand für unsere Restauration aus. Sobald die Tür vollständig heruntergefahren ist, stellen wir den Pin mit der Restauration auf die obere Türisolation. Danach starten wir den Glasurbrand und die Tür schließt sich automatisch. Nach ca. 5 Minuten öffnet sich die Tür automatisch. Die Restauration ist zu diesem Zeitpunkt noch mehrere 100 Grad Celsius heiß. Erst wenn auf dem Bedienpanel die Zeit vollständig abgelaufen ist, stellen wir den Pin inklusive Restauration zur beschleunigten Abkühlung auf den Ventilator. Es ist möglich, bis zu zwei weitere Glasurbrände mit dieser Restauration durchzuführen. In diesem Fall beenden wir den Glasurauftrag über die entsprechende Schaltfläche und kehren zum Startbildschirm zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit dem ZERRX Speedfire! È okay. Wir wünschen Ihnen viel viel하